Guten Abend liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wie letzte Woche angekündigt, starten wir heute mit einer kleinen Rezeptreihe für die Festtage. Das Team des Kochstudios hat für uns, das heisst in erster Linie natürlich für Sie, einfachere und aufwendigere, aber immer traditionelle Rezepte für die Festtage zusammengestellt. Meine Kollegin Tester war heute Morgen gepostet. Uns nimmt es natürlich jetzt Wunder, was das erste Festtagsmenü sein wird. Gereicht ist für viele immer noch das Weihnachtsessen. Neben einem feinen Salat gibt es darum im ersten Coop-Festrezept ein Rollschinken und zwar mit Herdöpfel und Sauerkraut. Wir haben uns dieses Jahr für ein klassisches Rollschinken entschieden. Sie können aber auch ein vorgekochtes Quick-Schinken nehmen und das nach der Anleitung auf der Verpackung zubereiten. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Schauen wir doch gerade noch einen Moment zu, wie das in der Praxis aussieht. Ich fahre in diesem Fall mit dem Salat an. Eine mittlere Endive oder Friese habe ich nach dem Waschen in Streifen geschnitten und gerade auf den Teller angerichtet. Darauf kommen die filetierten Orangenschnitts, also ohne Haut. Auch die Sauce ist bei diesem Festtagsmenü natürlich etwas speziell. Ein Teelöffel Senf, wenig Knoblichpulver, Pfeffer, Paprika und Salz mit Weisweinessig, Sonnenblumenöl und ein Teelöffel Balsamico-Essig verrühren und kurz vor dem Servieren auf dem Salat verteilen. Zum Schluss zwei Esslöffel Kürbiskernen in der Bratpfanne kurz rösten und über den Salat streuen. Das sieht schön aus, der Salat. Ist auch gut. Und das hier in dieser Pfanne, das ist das Rollschinken. Richtig. Ich habe es im ungesalzenen Wasser ca. 10 Minuten gekocht und während rund anderthalb Stunden ziehen lassen. Jetzt nehme ich es aus dem Wasser, weil man es vor dem Tranchieren sowieso noch ein paar Minuten stehen lassen lassen. Damit der Saft nicht ausläuft und das Fleisch nicht austrocknet. Ja. Und unterdessen kann man die Herdöpfel und Sauerkraut bereit machen. Das ist eine relativ einfache Geschichte. Die Herdöpfel in Viertel oder Achtel schneiden, 10 Minuten im Salzwasser kochen, die Sauerkraut aus dem Beutel nehmen und gemäss Anleitung erhitzen. Und das Rollschinken ist jetzt auch soweit? Ja. Bei dem muss man jetzt nur noch das Netz wegnehmen, dann kann man es in Tranche schneiden und auf einer Platte anrichten. Das wäre also das erste Gobe Festtagsmönü gewesen. Sie, Antifisalat mit Orangelfilet, Rollschinken mit Peterliherdöpfel und Sauerkraut. Ein Vorschlag, welches das Budget nicht besonders belastet und auch nicht allzu viel Arbeit gibt. Danke vielmals Esther. Was haben wir dann nächste Woche im Programm? Da wird es dann schon ein bisschen aufwendiger. Es gibt gefüllte Troutan mit Röslichöle und glasierten Kastanien. Schön, da freue ich mich schon drauf. Und wenn Sie auch noch eine tolle Idee suchen für das Festtagsmenü, dann gibt es nur eins. Das nächste Gobe Studio am nächsten Mittwoch nicht verpassen. Zuerst geht es jetzt aber weiter mit dem Markenfeister. Es gibt nämlich eine neue Plantamargarine, die Sie unbedingt probieren sollten. Probieren Sie es sauber, Sie werden es sehen. Die neue Planta mit dem frischen Geschmack. Und auch die neue Planta Cuisine zum Backen und Kochen muss man mal probiert haben. Damit auch beim Backen alles besser schmeckt und gelingt, Planta Cuisine, die Koch- und Backmargarine von Planta. Zusammen mit zahlreichen Spendern hilft Go-Patenschaft seit über 50 Jahren, das Leben der bedürftigen Bergbauern etwas leichter zu machen. Wenn auch Sie sich beteiligen möchten an der Weihnachtsaktion der Go-Patenschaft zugunsten unserer Berggebiete, können Sie Ihre Spende einzahlen auf das Post-Check-Konto 40 843 7. Zum Schluss wie immer eine kleine Auswahl der attraktivsten Aktionsangebote, die wir Ihnen diese Woche offerieren. Zwei Kilo Navelinas-Orangen im Netzchen kosten z.B. nur 1,70 €. Und drei Dosen Katzenahrung Boulette gibt es für 1,80 €. Die Pralines sind jetzt günstiger. Die Arni Pralines Suchfain 500g z.B. kommen Sie über für 1,50 €. Und ebenfalls günstiger sind verschiedene Glacé. Z.B. Goldstar Glacé Tourte Tarte Dufo für nur 5,90 €. Ausserdem offerieren wir Ihnen zwei Herrenhemper mit Krawatte für nur 45 Fr. Und hier noch der Go-Preisabschlag. 1 kg USA-Vitaminreis gibt es von jetzt an für nur 1,80 €. Im Go-Restaurant offeriert Ihnen der Küchenchef diese Woche Kalbsvoressen Marengo mit Herdöpfelstock und Karotten für nur 9,90 €. Soviel vom 49. Go-Studio dieses Jahres. Falls Sie nicht von Anfang an dabei gewesen sind, das Rezept für das Festtagsmenü, das wir Ihnen am Anfang gezeigt haben, finden Sie mit allen Einzelheiten in der Go-Zeitung dieser Woche. Auf Wiedersehen. We'll take it. We'll take it. So I will take it. Vielen Dank.